Eins ist klar, ich war schon mal hier, heute sehe ich dann schon weiß aus, Alter, Sonne brennt, Sonne im Zenit, und ich gehe ab. Braunkohlenkombinat, sind die Ursachen des Krebses vielleicht doch in das Essen zu suchen? Was bleibt im Organismus drin? Und wie alkalisch sind wir? Müssen wir eine Schule des Essens grünen? Hey Marie, wie gefällt dir diese Idee? Haben wir den Mut, sie durchzusetzen? Was brauchen wir dafür? Dafür. Liebe kommt. Erleuchte uns. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel.